Grüß Gott, ihr Lieben! Viele von euch wissen ja schon, dass ein Lenormand der goldenen Zeit, also ein ganz neues Lenormand-Deck, auf den Markt kommt am 31. Mai. Aber darum soll es heute nicht gehen, sondern es geht heute um was anderes. Und zwar für nur 9,99 Euro könnt ihr ein komplettes Lehrbuch zu diesem Lenormand der goldenen Zeit erwerben. Das Buch ist ab sofort schon vorbestellbar bei Amazon und überall, wo es Bücher gibt im Online-Handel. Den Link dazu füge ich euch hier in den Beschreibungstext ein, damit ihr jetzt schon das Buch vorbestellen könnt. Denn ab dem 21. Mai wird es ausgeliefert werden. Wenn ihr es jetzt vorbestellt habt, dann vorbestellen werdet. Auch wenn bei Amazon noch eine andere Lieferzeit steht, dann werdet ihr es so um den 21. Mai herum haben. Das ist sicher. Und dann habt ihr das Buch vielleicht sogar schon vor dem Kartendeck. Denn das Kartendeck erscheint ja am 31. Mai. Auch das könnt ihr nach wie vor vorbestellen. Den Link zum Vorbestellen-Check fügt euch auch in den Beschreibungstext dieses Videos ein. Und hier oben unter das i. Unter das i kann ich euch aber nur den Link zu den Karten reinpacken, weil YouTube immer nur einen Link oder eine Homepage pro Kanal erlaubt. Und den Link zu Amazon entsprechend im Beschreibungstext. Aber da könnt ihr ja schauen und euch das Buch jetzt bestellen. Das heißt, das Lenormon der Goldenen Zeit. Nicht zu verwechseln mit Lenormon und die Erntsengel. Das ist ein älteres Buch von mir. Und damit könnt ihr dann nicht ganz so viel anfangen. Sondern dieses Buch für 9,99 Euro könnt ihr jetzt bei Amazon und überall online, wo es Bücher gibt, bestellen. Ich wünsche euch viel Freude damit. Gott segne dich. Licht und Liebe. Udo Golfmann. Tschüss.